willkommen mein name ist lutz reinhardt und ich stelle jetzt erstmal das bild scharf und kommen dann rein und ich zeige ihnen heute einen prototypen von himola namens 9900 ein modell welches für job kollektion vorgesehen war als zweier mit longchair davor stehend links in lederschlamm nun eine sehr sehr leichte form viel bodenfreiheit da passt auch der saugrobot darunter und hier wurde die linie betont mit einer doppelnaht abgefasst die dann hier die linie stärker betont guter sitzkomfort eher fester ist man so nicht gewohnt entspricht ungefähr dem niveau von schillig eine schmalere kamiere für eine person auch bequem ganz klassische linienführung leicht abgerundet guter sitzkomfort pflegeleichtes long live leder nachteil keine launching tiefe nachteil keine funktion aber braucht nicht jeder und viel platz zum sitzen und auch hier zum liegen man kann auch hier auf dem anbau sofa gut liegen passt also wenn sie ein prototyp haben wollen können sie bei profischnupp.de den hier jetzt sehr günstig erwerben im januar 2020 wenn sie vorbeikommen wollen nach empfängen zu profischnupp.de freut es uns wir haben jeden freitag und samstag geöffnet oder nach vereinbarung oder sie kaufen online mit klick wir haben 30 tage rückgaberecht wir haben profis im versand eine ein logistikpartner webelspedition die tragen ihnen das stück bis ins wohnzimmer wird mich freuen wenn sie das erwerben dankeschön und tschüss ihr lutz reinhardt und dann in